Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Offizier Mihawk, heute mal wieder mit dem Battlefield Gameplay von mir auf der Map Kaspische Grenze. Natürlich bin ich mal wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist der Defco Kev und dazu noch der Shark 69. Ja, und mitten im Gameplay, lasst euch einfach mal überraschen, überrascht mich nämlich da noch ein Freund, der ruft immer an und wir quatschen kurz. Ja, ist ne lustige Sache, guckt es euch einfach an und wenn es euch gefällt, dann kommentiert doch bitte. Ja, das wars von mir, viel Spaß jetzt beim Gameplay, tschüss. Ziemlich ein. Nackt Gesicht. Wir zusammen eins. Ich glaube nicht. Guten Morgen, wir wurden so gemacht, dass es klappt. Ja, du kannst aber noch mit rüberkommen, bei uns ist noch ein Platz, also hier Team wechseln kannst du. Wir sind oben, oder? Jetzt, ja, ja, jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen alle Risky, Risky. Wir sind hier. Warte, ich komm mal. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir sind doch schon da. Da geiern, da geiern schon zwei hier auf den Heli, geht nicht. Drei. Ja, ich bin hier bei der Flugabwehr, ne, ich nehme die drei. Macht nach. Wenn du es nicht schaffst. Na da, sag ich mal, los. 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 Ja. Ey, da rennen wir mal zu viele irgendwie hin. Ey. Och, ne. Scheiße. Ey, hier ist schon fett. Grüße. Moinsinn. Ich bin grad mit dem im Spiel. Bist du alleine im Panzer, ey, ey. Ja, ich bin alleine im Panzer, ja. Ja, ich bin alleine im Panzer, ja. Ich hab' dich. Statt, willst du einen? Guck mal, ich hab' heute noch nicht einmal gespielt. Wie? Der ist hier in der Hilde. Flascht. Achso. Schorkisch. Mit dem hat ein Anroch. Der hat, der, 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 der Holy Punisher hat mich grad hier angerufen. Genau der. Ist grad löscht, weißt du? Ich bin grad mit zwei in den Battle-Lock drin. Mach ja grad hier. Ficken Jungs, ey, schickt mir doch nicht die ganze Zeit Messages. Messages, ich bin jetzt auf 50 Euro an. Dass ich mitformen will, Mainster. Ja, dass du mal mitformen willst. Boah, Alter. Hier ist schon was. Ne. Nur verschweißen, Mensch. Das ist doch Gangster, die. Gibt nie. Hier. Dann nimm. So, genau. Scheiße, hier ist noch einer. Raus, als der Korre. Mist, Mist, Mist. So. Holy. Ah, ich hatte auch mal Französisch. Und, wie ist jetzt mit Auto? Ich bin weggeschafft vorhin. So, ey, Leute, ey. Ey, das war dein, weißt du, was ich auch gerade live aufnehmen? Nee. Ja, ohne Scheiße, ich nehm mir gerade alles aus. Du wirst bestimmt nicht zu hören sein, aber die anderen zwei sind auf jeden Fall zu hören. Schau, warte mal kurz auf dem Handy. Oh, da muss ich mich ja ganz kurz, falls ich nicht zu hören bin. Moin, moin, YouTube. Ich leute, du wirst nicht zu hören über Skype. Ach, ich weiß es halt nicht genau. Vielleicht, vielleicht doch. Aber mal sehen. Wenn nicht, dann, unser Duel kommt ja noch. Unser Duel kommt ja noch. Ja, unser Duel kommt ja noch, ja. Ich habe das erst mal heute mit K-Stack gehabt. Ja. Mit Harry ist flachgefallen, mit Broca auch. War Harry, da war was mit der Datei nicht okay. Müssen wir morgen machen. Mit Broca am Wochenende, mit der Eisprinzess habe ich am Freitag. Ich bin gerade am Plan für Weihnachten und Silvester. Ja, ey, da habe ich so gerade sauviel zu tun dran. Das ist so unfassbar viel. Ja, ja, das löb ich dir, das löb ich dir. Weißt du, jeden Tag mehr mit dem Kanal. Ja, hast du ja selber eingebrockt. Wow, wir haben von hinten geschossen, Schock. Naja, egal. Freu ich mich. Ja, nicht laut, also. Also. Es wäre Spaß machen wir im Endeffekt, ne? Es ist das lange Spaß macht, gibt's. Ab jetzt 142 Abos. Lass es Spaß machen. Das macht mir Spaß. Das Kommentieren. Der Frauke, ich schreibe mich mit dem Holdi über Sky. Extra noch. Battlelog, da kann ich ja nicht rein. Nein, deswegen ja. Du schaub. Boah. Soll ich mache so kacken? 13, ja, ich bin so kacken. Ah, das hat er gewischt. Jetzt hat er gewischt. Recording. So. Oh, mein lieber. So. Ach, so machst du gerade ein Live-Kommentary? Ja. Alles gerade live bei mir. Ich denke mal, Mittwoch ist das oben. Ich würde es schwer und leid das nehmen. Ich habe Entschuldigungs gemacht. Schau, Quarte. Ja. Ich spiele gerade Battlefield 3 sozusagen. Wow. Jetzt kannst du schauen. Ja. Ja, der macht das erst mal ein Ruhl zu Ende. Ja, ja. Legen wir bitte auf, genau. Meld dich dann, ich meld mich dann, okay? Okay, bis gleich. Tschüss. 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 So, jetzt sind wir da. Ich bin wieder da. Kevin, was schließt denn du? Hier, bauen wir uns auch mal von der Kuppe. Du mal richtigen Platz hochgucken. Flugplatz. Ja, genau. Ich beschießen wir uns so wie blöde. Achso, warum? Fliegen wir da rechts im Kevin. Und da, da fliegt den Kevin. Den abschießen. Er hat mich ja übelst gut erwischt, hey. Hier, ich war jetzt weg. Hier, Kettenhund. Ja. Gibt's scharf, ja? Boah, schön erwischt haben wir den. Schön erwischt, geil. Pfff, scharf ich. Sof. Einfach kriegen hier, ja, ich hab gar nicht. Nee, das ist bloß so, äh, 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 soflägen ist das. Schau. Hast du hier Abwehr, mit Bescheidung? Ich hab raus. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Alle raus. Ich bin immer hoch, das schon. Kevin, bist du wieder da? Ja, ich bin aber hier, ich bin jetzt hier Richtung Chat unterwegs. Scheiße. Wohne, wohne mit der Karte. Wohne mit der Karte. So, Gangs, Gangs, Gangs. Mist, das war's. Ja, geht doch weg. Das konnten wir jetzt nichts machen. Ja, weiß, aber. Aber Heli-Power fetzt mich schon wieder, sehr geil. Das fetzt mich schon wieder, sehr geil. Das fetzt mich schon wieder, sehr geil. Wow. Das fetzt mich schon wieder. Gehst du eben noch irgendwo? Ja. Ich bin das Elm. Warte, ich geh. Gut. Die Lecks, die Geißen, die Affengeißen, Lecks. Ja, schau, da ist der Tische dabei. Willst du fliegen? Hey. Flieg du mal. So, machen wir auch. Los. Wo ist denn der Affenpanzer, ja? Was? Ist doch nicht drinnen. Gott, da kommt doch schon unser Heli. Ist doch nicht Platz, der Kunde? Trin, der Rotz. Boah, ich schreibe ich denn. Fucking. 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 Come on me. Fucking. 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 Karze. Voll öff, Mann. Come on me, Karze. Voll öff, Mann. Come on me, Karze. Come on me, Karze. Come on me. Ja, von mir steht noch Becks von mir. Come on me, Maa. Da musst du dich doch nicht mehr ganz nerven, der Rixxor. So. Jetzt tue ich mal rum. Jetzt sind sie aufgeschlagen gekommen. Willst du hier? Los. Mach's drinnen. Wir machen wir. Versehen muss er schon. Rechts von uns kommen zwei Jets. Oh, das ist der Heli. Ich. Hau ihn aus. Boah, ich muss auf der Zona. Ich. Ich. Ich hau wieder raus. Was ist das? Ich. Ich. Ich hau wieder raus. Was ist das? Du. Ich. 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 Du. Ich. 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 Schlimmer als Anderes. Oder? Die ist weg. Dann müssen wir noch mal hin. Oh, ist das nicht weg? Lass. Kannst du mal Abstand? Ja, genau. Guck mal, was ein Brücklöser ist. Wenn das hier hinten anfängt zu brennen. Das ist er, genau. Hm. Guck mal, was ein Brücklöser? Also, Brücklöser. Er kommt schon. Scheiße, so. Lös. Hinten, warte mal. Rechts, wenn ihr rechts, wenn ihr rechts bist. Geht's. Was macht denn der Firma? Ne, wei. Nisch. Geht's. Kevin kommt da der nächste hinter dir. Ja. Hehehe. Das war viel zu niedrig. Ne, ich hab, wie machen die die jüngsten Club-Manager hier? Ich kenn das, ich kenn das mal nicht. Die jüngste Spitzen ziehen hier. Ja, die bremsen die extrem ab. Und dann gehen die wieder hier Fuß. Na, wie geht denn das? Das geht doch doch auch nicht. Ich mach mal gucken. Ich gehst noch von der erste, das ist wichtig. Es fehlt so sehr. Ich treffe. Weiter denn. Geben Chat. Eon. Ganz schön. Macht da. Links rein. Guck's Arsch. Wir schaffen alles. Wir schaffen alles. Hast du den Spreng ausgehalten, heißt Ulster. Ja. Ich hab dich noch mit. Ja. Ich. Jetzt. Nicht rein. Du. Hier. Ja. 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 Ich hab ein paar Treffer reinstecken müssen. Ja. Da. Da qualmt schon. Ich hab einen Tisch der Busse. Ja. 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 mal schnell hinfliegen sie kannst jetzt nicht einsteigen ja, die Mistbrüder wo bist denn du? Schau ja, pass auf ja das geht gut vor ihnen zurück du musst verfliegen ich weiß nicht was meine Frau macht hier ich weiß irgendwie wo ist denn jetzt da? du bist voraus, voraus aus aus, snippelst du hier da, Alexa da bin ich Kampfunfähig da bin ich da bin ich da bin ich rausgesprungen da war ich schon im gegnerischen Feindgebiet und ich fliege nicht mehr nicht mehr mit ich fliege nicht mehr mit das war's da drauf hab ich ja keinen da nicht da nehmt ihr einen Panzer und schießt den von Weiden weg ich ich quäl ich quäl ein bisschen von Eugen jetzt ich hab die Fahrer ich hab alles oh ja, das ist gut durchs wenn die Fahrer die Fahrer gucken nebenbei wo 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 das die der bürger auf aber stammt etwas erwischt nein muss da fiel ich nicht schlecht das war aber der andere, dachte ich denke ich mir da war ein oder mehr erwischt ich bin jetzt noch eine Kante nicht gemacht kommt auf einen zugeflogen hier, so richtig genau, also ich weiß nicht Hilfe, das versteht Fahrzeug oder wie ist es du? mal gucken ob wir eine Kette finden ja was ist denn da? L.A.V oder was? ja mit dem L.A.V ja wir sind doch schon wieder ich... hier unten ist er oh hier unten TV-Rakete hier oben, warte ich hau raus wir schaffen O ja TV-Rakete muss ich drüber lassen auch nicht zu spät oh ei krass ach das ist doch ein misstönt ist das doch wo kannst du hier schlafen? ja rechts Richtung A dann holen wir uns jetzt holen wir uns jetzt das ist ja los live in weit TV-Rakete mein Gott ey ich werde los oh echt ja das ist ja so ein Eintech-Fly das ist ja so ein Eintech-Fly das ist ja so ein Eintech-Fly noch ein Eintech-Fly ich habe tue mal beb s das ist ja Ch often na ja der ist hier unten an der antenne ja schnell reparieren ich mach die körper kippt wir sind gleich vorbei, komm in der ag da hau ich noch vor ist klar hayley macht wer her oh f*** es mir mal her hier LRV, links oh dünne das ist aber gar nicht getroffen ey geht mir auf den Sack ey das ist ja f*** wir haben so gewonnen ganz klar dicker hier oh je 7 zu 7 dieser dünne hat mehrt mal wieder mehr Spaß als Punktegold oh ne das war ganz schön gangster das war viel Punkte gab es noch nie aber Spaß hat es gemacht ja alles klar klar nochmal schnell einstellen und dann muss ich und dann muss ich lösen ne ist falsch einstellen hast du was freigeschalten neun taus also das war das war ganz schön Vielen Dank.